ja das sehe ich genauso was fred geschafft hat das schaffen wir auch obwohl er hat den anzug entworfen hat viel mehr erfahrung mit dem ding aber quatsch nein 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 den einwand bringe ich jetzt nein den einwand bringe ich jetzt nicht wir müssen darüber darunter müssen wahrscheinlich daran daran alter finne ja 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 weitsprung okay was der kristall bleibt deaktiviert jetzt aktiviert dass ich wieder okay was aber nicht ganz stimmt fred hat nicht die gleichen probleme wie wir weil wir haben die eine höhle zum einsturz gebracht nicht er nun mal so auch noch erwähnt ich kann dazwischen dann auch so man möchte er nicht ich idiot da kann ich mich sogar rüber ziehen das ist für die akobat schönen wege so wer meint das akrobatische haben zu müssen der kann da lang gehen ich mache das so ist vielleicht für die erfolge könnte ich mir vorstellen wenn wir mich immer noch kein ich weiß es nicht aber das könnte ich mir jetzt vorstellen da komme ich nicht dran aber ein weitsprung könnte da eventuell was bewirken nein aber so ähm ähm ja verdammt wenn man wüsste was man nicht weiß da kann ich mich wieder dran ziehen das mache ich so da könnte ich mich jetzt eventuell hochziehen das wäre vielleicht gar nicht falsch obwohl ich fast wetten könnte dass ich auch dahin kann nein ich kann mich nicht da hochziehen es sei denn ich benutze die raketenstiefel ja haha also fred war da da drauf das geht das machen wir das ist bestimmt ein erfolg ich komme hier durch ohne auf die plattformen zu gehen hier so von einem zum ding zum hangeln oder so könnte ich wetten könnte ich echt wetten oder wir haben jetzt ein forschungspunkt verpasst der da unten irgendwo ist wäre auch noch möglich hier ist auf jeden fall speicherpunkt ja so darüber aber ich liebe irgendwie diese grafik dieses riesige alles ich liebe es finde ich auch in dark souls so faszinierend dieses einfach nur große hier kann man wieder zurück setzen das könnte bedeuten daran sehr schwingen da dran dahin der ist auch zum zurücksetzen das war daneben verdammt das ist gemein wenn man so daneben trifft hoch okay es geht auch ich könnte man eventuell auch mit einem weitsprung rüber oder kann ich ja sowieso rüber ja klar war ich ja gerade auch schon mal so ich kann so 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 wow okay dahin Das sieht machbar aus, ehrlich gesagt. Pass auf, jetzt verkacke ich. Das sieht machbar aus, ich verkacke. Okay. Das hat sich nach Speicherpunkt wieder angehört. Ach da. Okay, aber hier sieht irgendwie auch aus wie... Nö. Nö, sah nur so aus. Oh. 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 Verdammt. Ähm. Ja. Okay, dann muss man wohl mit einem Weitsprung erst mal testen. Wohin denn? Da kann... Ah, da kann ich dran. Und dann? Oh. 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 Setz dich zurück. Nein, er hat sich nicht zurückgesetzt, mein Grapple-Hook. Da soll man unten drunter langen? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Alter. Ähm, da. Nee. Hä? Ach so, wir sind hier bei der Speicher. Und ja, ich dachte jetzt, wir wären an dem letzten. Okay, ähm. Wow. Wow. Wow, sag ich da nur. Ähm. Hey. Ähm. Ja. Ne? Einfach mal, ja. Ne, da war jetzt, ne, so. Er ist nicht gesprungen. Hätte aber trotzdem klappen können noch. Ja, klappt sogar noch. Ähm. Scheiße, ich hätte hier zurücksetzen müssen. Boah, ey, wie fies. Hahaha. Äh, ist das der Hammer. Yay. Scheiße. Okay, hier geht's nicht ohne den Schub. Äh, ich habe mit der Maus nach links gemacht und es bewegte sich einfach mal nüs. Das ist natürlich auch gemein. Keine Ahnung warum. Hopp. Yay. Schub. Yay. Hallo, hallo, hallo. Achso! So, hey, ich komm mal. Ist doch nicht. Ähm. 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 Ich habe nur noch einen. Das kann doch wieder nicht gehen. Oh Gott, wie timet man das denn? Geht vielleicht doch ohne den Schub hier am Anfang. Kann ich hier weiter vorne schon? Ja, da hätte ich kurz einhaken können, ja. Er ist nicht gesprungen. Jetzt hier vorne schon irgendwo. Da. Was? Oh, scheiße. Jetzt habe ich wieder keinen Grapple-Hook mehr. Wenn ich den Doppelklick nicht gemacht hätte, hätte es jetzt klappen können. Okay, also hier vorne schon mal. Hier so. Hallo, hallo, hallo. Hopp. Gott. Stellt euch das im Real Life vor. Scheiße. Hm. Das darf ich mir gar nicht im Real Life vorstellen, das... Wow. Adrenalin pur. Was? Ever. hier ist wieder ein schöner weg zum langlaufen das freut mich wie sieht es denn hier aus einfach nur und hier nicht so war aber das worauf wir zu laufen das sieht eigentlich auch cool aus da kann man nicht drauf einhaken das ist auch ein bisschen gemein das muss an der dicke der eisschicht liegen vermute ich mal zu dickes eis gleich nicht einhaken aber man kann es halt nicht erkennen ich finde es hier nicht besonders dunkel aber na gut wenn er sagt aber vielleicht kommt das jetzt ja es wird immer dunkler was kommt nun daskräft ja